Moin Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werde ich euch etwas richtig, richtig Krasses zeigen. Und zwar Leute, in diesem Video habe ich mich von Mosabi inspirieren lassen. Link zu deinem Originalvideo in der Videobeschreibung, denn ich habe mich wie gesagt von ihm inspirieren lassen, also das ist nicht meine Idee. Und zwar Leute, hat Mosabi tatsächlich ein Video gemacht, dass man, wenn man bei Pukis Website geht und diesen Code eingibt, dann wird man zu einem Video weitergeschickt und Leute, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne kostenlos diesen Kanal und ich würde sagen Leute, wir probieren das jetzt einfach mal aus. So Leute, wir sind jetzt hier tatsächlich bei der Website und ja, man kann schon sehen, sich hat hier einiges, vieles geändert. Und Leute, wenn wir hier jetzt bei dem roten 2626 schreiben und bei dem grünen 3737 und bei dem blauen 2710 und bei dem gelben 36273, dann wird uns hier ein Link angezeigt und zwar steht da, klick hier, wir klicken jetzt mal drauf. What the fuck, war das Pukis? Warum ist da Marvin? WTF? LOL, was geht hier ab? Warum sind die da? Hä? LOL, Leute, das sind einfach Pukis und Marvin. Warte, wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Einen Moment mal ich, wie man kann es zurück. Okay, wir gucken uns das jetzt nochmal an, so. Also ich bin gerade echt ein bisschen getriggert, dass sich Pukis und Marvin einfach so zeigen. Also die haben gesagt, dass irgendwas morgen um 15.15 Uhr passiert, aber wir gucken einfach weiter. Also Leute, dieses Video, das war schon ein bisschen komisch, aber tatsächlich haben Pukis und Marvin gesagt, dass morgen irgendwas um 15.15 Uhr passiert, also ich denke, dass die da wieder ein Comeback machen werden, weil diese Website, die hat uns ja auch schon gesagt, dass die Zeit abgelaufen ist, also das könnte wirklich tatsächlich sein, dass sie morgen wieder zurückkommen. Leute, schreibt mir gerne eure Theorien in die Kommentare. Ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr gerne einen Like, den Abonnier, wenn ihr gegessen habt. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.